Ich muss noch kurz hier absteigen vom Panzer. Als Goomba-Turm käme ich da bestimmt besser hin. Sieht nicht gut aus. Da spiel ich nur von ab. Der Goomba-Turm wäre dafür besser gedacht. Aber wie? Dreifach-Sprung. Jetzt hier nicht runterfallen. Ich komme dann wieder an die Münze ran. Nein. Das ist ein Mist auch. Na gut, dann bleibt nichts. Ich muss was da drin freischießen. Jetzt bestimmt auch irgendwie ein Mond führen. Vielleicht kommen wir dann da durch. Dann haben wir extra Mond, wenn wir alles freigeschaltet haben. Alles freigeschossen meine ich. Jetzt müssen wir uns alles freischießen. Es wird leichter ohne alles freizuschießen. Dann geht's. Dann geht's. Wenn es auch mit einem Fleisch schießen geht, dann macht das. Vielleicht braucht man einen Weg nach oben. Dann kommt es noch ein bisschen. Dann kommt es noch auf dem Rest dünn. Und dann kommt es noch auf dem Rest dünn. gibt ja keine Ahnung schafft dafür was sehr schade ist, hier gibt es eine Leitung, eine Treppe so ab nach oben hier, hier gibt es ein Checkpoint, Tag bevor ich mich mal kurz Ausblick, auf das was uns noch erwartet, ein kleines Blumenfeldpfad, so, schon lang dicht dran, na komm, jetzt hier, die Sonic Ringer, hier, ein bisschen an Sonic, schnell rein und die Ringer, so, hier mal hoch, da sind Spuren, sind wir gleich im kleinen Blumenfeld, sollten vielleicht die anderen Panzer erstmal ausschalten, oder die uns ausschalten, das sehr gut, der Kados-Mekrom, ich weiß nicht ob das was bringt, ob war das Fröhnen, und was vielleicht liefst, wir wollten wahrscheinlich das hier wegkriegen, das ist ziemlich blöd, dünn gelaufen, Stimmen können wir damals nicht, hier können wir die Dinger aus dem Weg holen, daraus können wir die auf uns zukommen, jetzt hier, die wahrscheinlich auch stampfen, und dann ist, ah der brauchen wir den Panzer für, wo ist der Panzer, da drüben sind sie wieder, die Panzer, jetzt brauchen wir einen, ein bisschen Kriegsgeschehen, Kriegerische Maßnahmen, die Mago-Odyssee, ein neues Herz, 6 Herz habe ich jetzt, ok, wir müssen die Katapulte vielleicht erstmal ausschalten, bevor wir von hier weiter kommen, ok, versuch's mal, ah ja, das ist das Ziel, dann dreht sich das nicht mehr, dann komm, sehr gut, denkt wir jetzt an was hier, Mode freigeschaltet, Unweitvermond, das ist sehr schön, geiles Blumenfeld, Fahrrad, und weiter geht die Reise, verteilt das geheime Blumenfeld, dann geht's dann wahrscheinlich mal an den Blumenfeld ran, scheint als, scheint als gehe es zum geheimen Blumenfeld hier entlang, kleines Blumenfeld Eingang, check the point, oh, hinunter geht's, tief hinunter, auch schreck, da ist Blumenfeld, oh nein, das Ding saugt einfach ganz von Blumen ein, achso, verstehe, da haben wir so ein Nieswurz, dann mit ihm vielleicht hier, wir müssen nur ein Hai anrichten, sehr schön, schon kaputt, oder was, Brumen, 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 muss alle Brumen haben, und das ist nicht so weit kaputt, leg dich nicht mit ihm an, ziehlein, zwei Beinen, hat's also gesagt, nicht ziehen bleiben, auha, wir haben es wütend gemacht, zuerst mal die Dinger kaputt machen, auweil, den ersten Protektor ausgeschaltet, nur rasch ein Kerzen, sehr gut, wir haben hier 6, keine Panik, erst mal die Schütze wieder ausschalten, bevor wir ans Ähnlich herankommen, sehr gut, und jetzt hier unten, kaputt, ist gut, also gut, so können wir da drüber springen, und jetzt wird's mysteriös mit größeren Blücken drumherum, und wird's auch härter verteidigen, so, und zack, in die Mitte, zweiter Treffer, genau so, und 6 Herzen, tun wir das doch hin, können wir auch mal wählen, das Treffen dafür meine ich, na, was hast du noch an zu lieben, neuer Blumen, neuer Blumenprotektoren, Blumenschutzschelde, wie ihr es nennen wollt, so, und der dritte, in der dritte Schlag, so, das ist ein hier, na, das ist jetzt eigentlich kaputt, ein Multimod, ein weiterer, oh, das reicht sogar schon für uns, da können wir die Odyssee reparieren, wir machen hier immer nur die, als erstes machen wir hier immer nur die nötigen Sterne für die Odyssee, verteidigen das geheimliche Blumenfeld, dann reisen wir weiter, wenn wir später noch Mohnen sammeln wollen, dann kommen wir nochmal zurück, als hier erstmal nur das nötigste, um dann weiter voran zu kommen in der Story, so, haben wir noch ein bisschen Geld auszugeben, können wir noch ein paar Nile an der Münze ausgeben, wieder ein Sticker kaufen, wieder ein Sticker kaufen, sorry, wollte ich nicht mit mir reden, willkommen, ein Sticker für die, das können wir auch nicht, aber ein Sticker für die Odyssee können wir kaufen, ein kleines Andecken, falls wir nochmal später zurückkommen, können wir noch weitere, weitere Sachen kaufen, was gibt es hier tolles, Mohnen gibt es hier, Sachen die wir uns hier schnellsten können, aber uns nicht leisten wollen, für tausend können wir eine Punkte-Schorts, Badehose, ich weiß noch nicht, wo es der hier als nächstes lang geht, kaufen, vielleicht später auch noch umziehen, falls wir nochmal hier ins Badewasserland kommen, nochmal wieder was zum Anziehen, zum Blitzschnell zum, zum Olysee, da haben wir doch hier den letzten Mohnen, so, sehr gut, das dürfte auch reichen, da wird der Segel aufgeladen, das ist wieder größer, die Odyssee ist leistungsfähiger, ok, dann ab geht es in die nächste Mohnen, können wir heute noch machen, in der Aufnahme, wir können jetzt zum Seeland reisen, vielleicht spüren die Bowser dort auf, das habe ich mir schon gedacht, dass es da jetzt weiter geht, auf in die Seeländer, starten wir heute schon, den Anfang machen wir schon, weiter geht es in die Seeländer, da kann ich meine Badehose gleich anziehen, geht es urlaubsmäßig zur Sache, da haben wir schon zwei Sticker drauf, der eine ist nun verdeckt, zwei Erinnerungstick auf der Olysee, am Ende wird sie knallbund sein, in diesem Blumenarrangement steckt so viel Herzblut, wir müssen Bowsers übende Machenschaften denken, wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir dir ein paar Kleinigkeiten nachlesen, Reisetipp Drehwurf, wenn du von Gegnern umziehen bist und sie gerne alle gleichzeitig ausschalten würdest, dann tu folgendes, Wege deinen Pro Controller ruckartig seitwärts, um einen Drehwurf auszuführen, deine Kopfbedeckung rotiert dann um dich herum, dann wirst du bestimmt, das wird dir bestimmt weiterhelfen, MrShopSeeland, das soll ganz bekannt für seine Mode sein, ach ja, ein berühmtes Hochzeitskleid, das Schnixenkleid, das Schnixenkleid gibt es dort auch, oh, hier wird es dunkel, hier wird es aber erst nur dunkel, sieht nicht nach Urlaub aus, oh, aber, das Seeland, das gibt es jetzt hier, Seeland, Seeligant, ach, versteht da, Seeligant, Bruder ist über dem See, ach, geh schon wieder, geh, Kollegen, Die haben wir lange nicht mehr gesehen, oh weh, die Bruder sind auch hier, wir wollen wohl das Kleid, Hallöchen, Unerhört, die Handlanger des Ungeheures sind hier, völlig ungebeten, durch, aus, durch, durchgerauscht, Sie haben das schönste Schnixenkleid unseres Landes gestohlen, fürchterlich, und du wirst jetzt, das war das Retten, das war das Zurückholen, aber wenn wir die ganzen Sachen zurückbringen, kann sich Bowser doch die auch wieder zurückholen, kann die sich doch, naja, gut, ich wechsle hier erstmal meine Klamotterie, ziehe die Badehose an, Badehose, Badehosen Mario, und mit Mütze auf, mit Forscher Mütze, mit Marios Mütze, so muss das sein, die Kibbi muss er natürlich dabei haben, Kibbi beim Baden, ja, ich wechs auch nicht, aber gut, Badkratz, so, patsch, 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 Mario ist in Baderstimmung, Super Mario Sunshine lässt bösen, sie haben die Treppe zum Aquagrund zerstört, aufweilen, das spürerische Monster, so was, hier erstmal ein paar Münzen sammeln, Mütze gibt es ja auch, in Tropfenform, hier müssen wir hoch, sehr schön, ein Haufen Münzen versteckt, kein Secret, achso, was jetzt, Reißverschluss, Reißverschluss Mario, aha, ok, muss getaucht werden, oder was, runter geht's, können natürlich nicht ewig atmen, auf die Starrein 8, ok, gibt's hier die da Münzen, natürlich gibt's hier die da Münzen, Ferientropfen, Wassertropfen, Münzen, auf die Starrein 8 geben, und darauf 8 geben, dass wir hier nicht ertrinken, das wäre auch nett, Mario hier nicht unter Wasser ertrinken würde, schöner Tauchgang, ja, aber ertrinken ist kein schöner Tod, so, wo weiter, rechts oder links, wo darf's denn sein, rechts sieht interessant aus, jetzt, oha, haben wir Seegras, gefährliches Seegras, und wir sehen, was hier, nehmen wir's durchschneiden, Ah, ok, Stacheln, Cheat Cheeps, kommen die Kapern, ja, können wir, sehr gut, und der Wassereingang, warte, ich will jetzt mal noch durch den anderen, da gab's noch links einen, Eingang, oh, die leuchten, das sind die Cheat Cheeps, die haben so, oh wei, so, Blitzboot noch was zu entdecken, in der Schatztour, hinuntertauchen, oh, ein Mond, sehr schön, ein Mond für die Schatz im Stachlingen-Wassertunnel, rot, pinke, rot, pinke Monde sind das jetzt hier, die haben auch von Landstrande unterschiedliche Farben, interessant, müssen wir mal ausweichen, haben wir die mit der Mütze nicht zerschneiden können, so, mit Cheep Cheep weiter voran, weitere Cheep Cheeps hier, Fische müssen nicht auftauchen, nach Luft zu schnappen, ach was, was du nicht sagst, oh, da ist Nessie, aus Super Mario 64, und sie hat einen Mond für uns, Hoppe Hoppe Dorrie, ach Dorrie heißt die jetzt, ich dachte, die hieß Nessie, Super Mario 64, Mario 64 hieß die, sicherlich hieß da Nessie, Namensgeber, oha, da haben wir Fisch, Check the Point, auf der nächsten Etage ist ein Schaufenster mit wunderschöner Auslage, Aha, ok, wir wollen nur mal hochtauchen, warte, da gibt es noch Reißverschluss, den nutze ich gerne mal, Oh, kein Reißverschluss, ein kleines Sieggrütz, ok, gibt es hier noch was, Oha, ok, oh, du hast mich gefunden, sehr schlau, nimm dies als Belohnung, ein Mond fürs finden, ein Mond fürs finden, unser geheimes Kämmerlein, ok, Ok, hier haben wir noch ein Fahrzeug im Block, zwei Fahrzeichen Blöcke, ok, hier gibt es nichts mehr, dort drüben vielleicht noch was Geheimnis, Oh, jede Menge Münzen, Reichtum, das sind ja schöne Siegwitz, ich muss mir hier auch mal den Wandsprung machen, dort drüben, Nein, das bringt hier nichts, bringt es hier was, das kann ich tun, nein, das bringt hier nichts, haben wir es auch mal beprüft, sind hier ein bisschen hoch, Was gibt es hier zu sehen, wenn du den weiteren Weg ins Seeland reist, wäre es angebracht, schwimmendechnisch gekleidet zu sein, Um zum Ausstellungsraum durchgelassen zu werden, musst du wie ein Schwimmer gekleidet sein, Reisender, so kannst du problemlos schwimmen gehen, hereinspaziert, Wollte ich gerade sagen, wir haben noch fast nichts anderes an der Badehose, wir müssen noch passend gekleidet sein, Also ein Forscheroutfit hätten wir hier nicht durchgekommen, aha, sehr schön, oh, hier haben wir einen leeren, einen leeren Ständer, Kleidungsständer, Kleiderständer, immer und für dich unpassend gekleidet, ja, nix da hier, So, und weiter geht's, nach oben wahrscheinlich, wir hätten, wir hatten hier einst ein herrliches Schnixenkleid im Schaufenster, aber dann hat dieses Ungeheuer es gestohlen, er hat den größten Schatz unseres Landes einfach geklaut, Check the Point, Aquagrund, Schaufenster, oh, hier gibt es einen Laden, jetzt was zum Shoppen, mir fehlt unser schönes Nixenkleid, verständlich, ok, rein hier, kann man es modisch bleiben, gibt es irgendwo noch passendere Kleidung, wir haben erst 4 Münzen, 4 nie lange Münzen, ich weiß, hier können wir Schwimmeroutfit kaufen, und Schwimmerbrille, ja, sehr toll, und auch ein Sticker, wir kommen später nochmal wieder, Was gibt's hier zu kaufen, ein Mustermix-Cup, ein Mustermix-Outfit, so toll sieht das noch nicht aus, können wir später, wenn wir genügend Geld haben, noch kaufen, die Monde müssen wir auch noch nicht kaufen, wir kriegen ja genügend unterwegs, shoot it, shoot it, so wird hier mal aufgetaucht, dann warten die Bulbers auf uns, vermute ich doch glatt, die Handflange von Bowser, Bowser-Ungeheuer, sind mit einem Graus, sie haben unser geliebtes Nixenkleid gestohlen, sie wahren sich, ok, hier geht es runter, was gibt es hier zu sehen, hier können wir noch ertrinken, aha, ok, hier können wir hoch, hier gibt es eine Müll, äh, hier gibt es eine Ruhr, so, nein, dort, 8 App-Bereich, 8 Schreck, da kommen wir so nicht ran, um Schreck, das müssen wir nochmal versuchen, das war nix, da gibt es bestimmt ein Mod für, na komm, hier rein, rein mit dir Mario, oh wei, so wird es lieber so ein bisschen taktig, taktig hören, das geht besser, na, den Mund will ich doch haben, nehme ich doch mit, und die Möglichkeit haben, jetzt erst unten lang, oder, jetzt hier wieder zurück, und die, die greifen, oh man, man kann es schaffen, mal schnell runter, und dann wieder rauf, und dann, oh Mist, das muss abgetaktet sein, gut, muss nur mit dem Spiel, so, das haben wir doch wieder verkackt, da können wir sprinten, das bringt ja auch nix mehr, gleich neu starten, müssen wir euch den Rückweg noch nehmen, ja, das haben wir ja schon verloren hier, ich glaube, die letzten Noten können wir dann zum Schluss nochmal holen, da ist genug Zeit für, zum Schluss nochmal hier zurück zu rennen, machen wir das so, das ist der Plan, erst mal die Münzen oben zusammen, und dann, ja, nicht mal das schaffe ich hier, und zurück, so ist der Plan, ah, sehr gut, haben wir sogar geschafft, ich dachte nicht, dass wir in die Noten noch ankommen, mit einem schnellen Sprung, geht das, sehr gut, 8-Bit-Mod, Notenjagd in der Klippe, haben wir noch einen Mond gesammelt, und dann bleiben noch die Burgers, jetzt, können wir uns an die schon wahrnehmen, dass das noch verfüllt, jetzt kommen wir zu den Kollegen rüber, da sind wir hier wahrscheinlich erstmal raus, irgendwie, aber wie, müssen wir vielleicht von unten kommen, müssen wir hier vielleicht durch die, durch die Wasserlingens hier durch, war man nicht schon in der Nähe von den, von den Bruder ist, ich meine doch, dass wir da mal oben rausgekommen sind, und gibt es einen Fahrstuhl, sehr schön, geht der nach unten, oder nach oben, nach oben geht der, sehr schön, das ist mal die Lernmünzen vorbei geschoben, hier hole ich mir, die Lernmünzen, ob man sich da nochmal runter runter muss, da hat sich der Marion ein bisschen in den Arsch verletzt, mit einer Gaskuppel gestoßen, nach oben, Wasserfahrstuhl nach oben, hier ist noch ein T-Switch, vier Münzen, ach so, da können wir hoch und runter fallen, sehr schön, müssen wir nicht den Fahrstuhl nochmal nehmen, hier ist noch ein Reißverschluss, die Lernmünzen, nehme ich gerne mit, können wir uns gleich das Outfit leisten, das Outfit für die Badesaison, jetzt gerade absolut nicht ist, und was ausgeschaltet, so, Check the Point, Aquagrund Terrasse, und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist die Zeit, die Partyzeit auch hier schon erreicht, die Doppelpartezeit, gut, ähm, ich schau mal kurz auf die Uhr, ansonsten, ich würde schon mal sagen, der mich nach oben soll es nicht gefallen haben, lass ein Abo damit an der Seite, ich denke nämlich der Part ist schon vorbei, hat einen angenehm 15 Tag, und man sieht sich, haut daran an, tschau tschau!